Briefmarken ohne Matrixcode sind laut Deutscher Post ungültig, aber trotzdem richtig wertvoll. Ja, denn für solche Fehlproduktionen zahlen Sammler 30, 50, 100 Euro. Das heißt, wenn ihr mal Briefmarken kauft und eine Marke ohne Matrixcode findet, freut euch und stellt sie bei Ebay ein. Oder ihr wartet ein paar Jahre und hofft auf Wertsteigerung, wie zum Beispiel bei dieser Marke aus dem Jahr 1980. Ab 100.000 Euro lautet das Startgebot für die Auktion dieser Marke am 15. Mai in Berlin. Ja, sie ist so wertvoll, weil sie eigentlich gar nicht in Umlauf gelangen sollte. Nur die Frau des damaligen Postministers Scheitle, die hat versehentlich ein paar dieser Marken auf Briefe geklebt. So gelangten sie in Umlauf, sind heutzutage sehr selten und entsprechend teuer.